Menschen stärken Menschen. Das ist das Motto der diesjährigen Spendenaktion der Caritas Adventsengel. In unserem Bistum unterstützen wir an 22 Standorten Menschen, die direkt zu uns kommen und in Not sind. Das ist die allgemeine soziale Beratung. Menschen kommen zu uns und wir können direkt helfen, zum Beispiel mit einer warmen Kinderjacke oder einer neuen Waschmaschine. Aber wir können auch weiter vermitteln, zum Beispiel an die Schuldnerberatung, an die Kurberatung oder an die Schwangerenberatung. An diesen Standorten, 22 im Bistum Osnabrück, erreichen wir zahlreiche, viele, viele Menschen, die in Not sind. Und mit Ihrer Spende können Sie uns helfen. Bitte spenden Sie für die Aktion Adventsengel und stärken Sie Menschen aus Ihrer Umgebung, die in Notlagen sind. Vielen Dank. Vielen Dank.